so dann mal von stokholm nach bergen arven arven ich steh noch gerade sind schnell die weg ja gerade kann ich ein bisschen dauern ich hab wieder Zeit ja ok ich hab wieder Zeit mitgebracht das wird ja lustig wieso? jetzt brauchst du bloß mal gerade rüber zu rennen ey das hatte ich ihn gerade sowieso vorher nachher, ja? uhlalala ich steh ja auch zu weit weg einen Kilometer Abstand ja das passt nicht aufs Bild glaub ich das passt nicht auf das passt nicht aufs Bild nicht aufs Bild ja ich mach auch noch einen Protos was? ich mach auch noch einen Protos ok ok ich krieg diesen Typen da nicht drauf nicht so machen da wird sich am ich schaff ja nicht freuen da wird sich überhaupt sicher nicht froh sein wenn er die Bilder sieht ja was sollen wir machen das passt nicht aufs Bild das passt nicht aufs Bild der einzige Bench der einzige Bench wir alle haben ich hätte mir auch einen Bench der ist auch nicht schlecht noch doch nein so lass dir eigentlich das was runter ich muss das ich muss das weg 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 also wir sind um die einzige übernehmen in einer Firma, ja. So. So. Attention, attention. So. Also, die Schlipperei angezogen, wir kommen weiter. Das ist gut. So. Also, fahren wollen wir? Stimmt man schon, wenn er es losfährt? Warte. Stimmt man das Auto mit dem Hintergrund? Ja. Ja. Der hat sich gerade vor dem LKW gestellt. Nee. Der Auto hat sich gerade vor dem LKW gestellt. Ach Mensch. Was? Keine Kreuzung. Keine Kreuzung. Herzmusik hinten. Das ist jetzt noch auf der Ferne. Das ist auch noch mal eine... Pass auf, der Auto überholt. Nee, abenteuerlich. Wo bist denn du? Vom Auto überholt. Pass auf, der überholt. Der ist eh noch von uns hier. Ja. Trotzdem bleibt es bei der Tatsache, dass er überholt hat. Ja. Sobald das so wie vorhin war. Ja. Ja. Ich mach hier mein... Kann ich ein Schilter haben irgendwie so... Schlusslicht oder so? Ja, naja. Hier hinten schreiben... Konvoi irgendwie... Ja. Ja. Ah, und jetzt schon wieder. Wieder Pause? In der Wettbewerb gekommen? Wo die Wartel ist gekommen? Alter, man kann die zuhören. Was? Was wehnt draufgehen hat. Was? Was? Was wehnt draufgehen hat. Sag, was wehnt draufgehen hat. Du bist irgendwie nicht... Weißt doch auch schon. Ja, danke. Da sind wir... Was kriegen das denn überhaupt? Was? Was? ja er bin ich warum ich würde lachen aber guck mal, fährt hier was auf? nein das ist ein neuer funkgerät wie ein neuer funkgerät? echt? ja das ist ein neuer funkgerät rechts runter ok ich hab auch wie im auto, ich trau mich nicht mehr dran weil der fährt manchmal also der fährt ja hinter uns eingeht, der passt ja auch um so der gehört ja uns zu ja trotzdem fährt der abenteuerlich guck mal wie der jetzt fährt, der fährt ja ganz anders ach der hat schon wieder da eine weile ach fährt der da wieder hoch oder wot hat er sich jetzt hingelegt? ne der versucht da hoch zu fahren kein Jog mehr auf Hartz 4 wir suchen neue Fahrer facebook by IP King IP King Transport jetzt nicht vkrt ja ok vkrt vkrt das ist doch eigentlich wiegt auf die dazu gekommen sind das war sie auch nicht das war sie auch nicht das war sie auch nicht das war nicht die genauso wie die da kommt da wkrt ach mensch jungs also wok was denn vkrt vkrt mal gucken, vielleicht sind wir in Italien auch so ungefähr als Foto mitgewinnen mit Facebook ach so der ist noch weltberühmt hier natürlich ich hätte einen Sternverband fragen können ob er mitfahren würde ja so guck mal die Farb aus 80 der ist 65 der ist 60 und brennt sich nicht wie ein Beklopter man muss tanken bestimmt wer ach weil alle tanken ist so also muss meine Bremse herstellen bitte nicht doch also das geht nicht wo muss denn der da vorne tanken das verstehe ich nicht der hat doch einen doppel der hat doch einen großen tank da hat er genau so viel wie wir ja aber ich muss glaube ich nicht oder muss ich ich kann auch nicht tanken ja genau das 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 wenn ich jetzt möglich kann aber Kabel rausziehen oder so ok muss nicht mehr lang jetzt ist er weg die Einde Was denn? Das ist ein Auto. Ich hab dir was gesagt. Was denn? Ich kann sie holen, aber jetzt wird zuhause. Was musst du mir mal sagen? Soll ich wieder tanken fahren? Ich finde es witzig, wenn ich mir gesagt hätte, wir müssen tanken. Darf ich nicht? Ich hätte dir mal ein Home-Watch-Landrum getroffen. Deswegen haben wir nie wieder hier vor. Was? Was ist das denn? Bist du? 25 bis 28? Okay. Ich sag jetzt so. Ich fahre jetzt zu 90. Klassen wir auf. 10 Minuten. 10 Sekunden später. Und bremst du die gekocht? Ja. Ich brauche mich gar nicht weiter hochzustellen. Ich mach jetzt zu 85. 80 und gut ist. Da ist 96 drinne. Du bist 90 Prozent dran. Es gibt nichts mehr wunderschöckst zu LIHL. Auch das ist's. Also nicht noget wegzut 로. Und da verwandert ein wenig, das mapping sich ganz festen lätern. Und da haben wir durch das ganze Spiel. Dann gehen das vor. Das ist das unser ein après- Conseil. ja die haben wir getrennt aber überholen ja 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 ich auch ich hab mich in die bremse höher gestellt das geht doch nicht Was ist das? Der mag dich nicht. Was? Der mag dich nicht. Der freut ihr, dass wir hier vorne sind. Ja. Ach mein Gott. Also ich dachte, du ist auf jeden Fall für mich jetzt zumindest hier mit dem Spiel zu Ende. Ja, natürlich. Habe ich denn noch? 5-6 Stunden haben wir dann. Macht ja Spaß und alles. Aber... Wenn wir dann mal ein Live-Team machen, irgendwie 12 Stunden. 9,5 Stunden Pause. Stunde meinst du eher. Wie? Der Stunde Pause. Oder 1,5 oder 2. Oder doch 12 Stunden abzuwissen. Wie? 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 Fangen sie wieder 90. Aber du wirst eh dann bitte drankommen. Waa? Der King ist Angst? Dann fährt er ein bisschen langsamer. Okay. Auto ist weg. Entschuldigung. Ich kann sie um ihn. Ich bin schon da, als 90. Ja. Jetzt geben sie Gas. Aber wir haben das geschafft, weil Fracht die gleiche Fracht zu bekommen. Es ist ja egal von wo du die Fracht heraus hast. Hauptsache du hast ihn gleich nach. Dann machst du halt den Punkt bei Bergen hin nach. Ja. Aber das gleiche Fracht, also gleich Anhänger und sowas ist eher un... Ja, da wird bestimmt auch mehrere Frachten, die welchen Hänger gehabt haben. Aber halt woanders hin. Ja. Wann hier los? Warum? Haha, komm weg. Der ist nicht mehr auf der Straße. Ich fahr seit nicht. Der kleine Gnom. Futterweg. Wann ich hier fest sagen? Machen wir dann? Äh. Die Prinzessörer machen. Ja. Algun der Stühle hinten aufs first reden. Es ist ja auch drin. Ich deshalb geht dasól, fast schon mal. Ja. Wälder kommt das Ende vor. ��ändisch. 4 von der Zeit. Äh, wir sind ja noch ne Stunde hier stehen dann? Ja. Wobei der Sprit leer geht. Was hat er geschrieben? Aber wir haben da jetzt ne Wörstel angemacht und warum... Naja. Du hast hier einen Freund hinter dir? Ja. Du, ich hoffe ich keine Sorgen machen. Also verkloppt wer hat die Klingkissen. Ja. Ich hoffe du wer hinten reingefahren bist. Ja. Die sind toll, Nio. Echt. Die sind toll. Das ist gut. Das ist gut. Ich hoffe. Wie hier? Wie hier? Hallo. Warte mal. Wie hier? Warte mal, was du zu? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Damit wir verkackten Auto hier vorne Ja Wirklich froh, wie die Kacke hier hinter uns haben, weil da immer noch eine Dreche ist Wir haben hier doch immer die Hälfte des Weges geschafft Ja, ich sage es ja, die würden die beide vor mir mal konstant und mal so bleiben, wie eigentlich regulär es ist, ja mit 90 halt auf der Autobahn und so zu fahren, ja Aber jetzt kannst du vollkommen verheben Ich weiß nicht, ob die sich beide mal von zwei Litern noch rammeln Auf die sich da beide rammeln Ciao Ja und jetzt noch was ist jetzt passiert ich bin wach aber wie brennen wir mal mit ja, ich wusste ich komm ausgehoben, entweder du oder das Bild jetzt komm ich im Bäcker ja nicht drauf ja, hätten sie jetzt in die Ophne runtergebrenzt, ja, dann wären wir mit nichts hier rumgemacht ja ich was trieb mich, ja das ist ein Spiel würde ich ja gerne, aber aber er fährt einfach das war ja ein Hooky ja war ja ein Hooky wiii Tora 2 hmmm ich schiff ich 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 schiff ich schiff schiff f2 ich hab meinen rechten Spiegel nicht mehr, ja achso ich spüre das f2, ja und f3 ist an Navi schiff ich schiff 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 was denn? das ist auch du ist aus und estou schiff p heads oh ich wollte nur noch helfen was hast du denn auf der linken seite ich? auf der linken seite ich auf der rechts 媽 jakieś ich 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 will grad hier den Helfen Lass das vorher, dass der Helfen wird Hier die... Boah, dann fahren wir ja auch wieder hier durch Berge durch und so und andere Ja Und durch der Tunnel Ja, und dann kommen wir gleich auf der Kreise zu und dann sind wir da Äh, ja Ähm, dann Und ich muss morgen um 9 Uhr wieder ausstehen Achto Was sollst du Ende fahren mit dir? Nee, Kleine fahren... Bis der, wenn wir anhalten sind, aber du? Hä? Bis der Kleine... Anhalten ist es irgendwo, oder wie? Ja Echt? Aber sind doch noch einige Kilometer, die wir fahren müssen Tausend Ja, nicht ganz tausend Weil ich muss ja... Oslo muss ja weg werden Ja Da müssen wir ja nicht mal hin Aber ich guck mal, das ist nicht mal weich Und warum stehen wir doch 10 Minuten nur eine Pause, mindestens? Ich hoffe nicht Doch, ich glaub vor Ja Du mal bis nach Bern Das ist nicht mal weich Echt? Aber sind ja noch nicht mehr angeschlagen hier Heißt Sind da mit 445 Kilometer Ich will hier von dran stehen Also ich wollte dir bloß sagen Ähm Bei den E-Tiger Die wir da haben Ja Da musst du am besten Lenkrad erinnern Dich nehmen Warum? Weil der ist so... Naja Wie sollst du sagen Die Kamera ist sehr komisch, halt Hm Mal angucken Hm Mordstelle Ja Ja Haha Ruh Ruh Ja Hat sie erledigt Jo 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 ich wollte genau so ich habe mitgebracht das auto frank Frank, das ist Franken, ich weiß, Franken behebt oder so. Oh ja, von mir sind wir noch. dass wir aus dem video ja sofort ja wir fahren jetzt links hier runter aber eigentlich muss man recht lang wo haben wir denn nicht lang weil wir die hinterher ja da bern na dann ist ja nicht mehr soweit ziel vor Augen Bett vor Augen weiches Kissen vor Augen und hör auf jetzt weiche Bettdecke dann ist ja Schnürfeltuch äh das ist ja Grosvenzauflage das ist eigentlich klar wie Nacht wie Schafe aber bist du es war mit dir? Ventilator ne den noch nicht, den will ich jetzt noch nie entstromen das erste Jahr von dir zu was denn? überholung bremst du Jungen? aber auf dem ist es so komisch halt vorbei das bestimmt umgefallen wer ja war blick an als letztes ja doch äh äh jetzt müssen wir bloß nach Landstraße fahren ja eben wir wollen nur die Kreise gehen und dann sind wir durch von oben von oben noch mal so ein Kreise und dann aber deswegen stehen wir jetzt ne ja ja hmm 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 oh mein hmm also auch getrunken, aber die Cognitive ja 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 man weiß ja nicht wie alt sie sind ja man weiß ja nicht wie alt sie sind ja man weiß ja nicht wie alt sie sind na die hier vor uns achso ja ne ich ja ja das so ja 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 weiter hat der auto doch gesagt geht schlafen aber was es ist Und ein halb, und ein halb. Und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb. Und ein halb. Und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb. Und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb, und ein halb. Und ein halb. er kann auch ich glaube schon die position ja wieder alle bremsen die ich hatte aber jetzt mehr ging nicht ist das eine w 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 war ich das ja nicht anhalten einfach weiterfahren ich bin ruhig neustig mal ist mir egal doch schon hinterher die brennen mir zu viel zu oft was sagst du nach einem jahr mit mir das einzige was ich tue ist bremsen das einzige was ich tue ist bremsen das ist mir ja ja du bist im interview das ist mir ja ja du bist im interview alter alter sorry ich finde ihn gut ich mag dich ich mag dich ich mag auch tanken oder wie oder was wir machen ja Pause ich will es wirklich nicht wollen wir tanken? ja wir tanken mal an das nicht ja gar kein zweiter betroffen ja 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 ich will es losfahren ja es ist so langsam es ist egal mein gott 3 stunden später ey ja doch mit dem tanken du bist seine foto so noch ja ja roto starten doch jetzt kümmer ach auf jetzt wollen sie nicht mehr gut dass sie gute bremsen habe also aber hätte ich jetzt nicht so hoch gestellt ja wenn du was sie aus wie in dem motor auf da hans brecht die schacht rechtliche ich hoffe tut er konnte nur den erreicht dann sind wir fast am ende ja also dann der nicht erreicht ist wenn er immer auch nur abbiegen einmal oder nicht oder sehen wir das schon einfach nur konstant jetzt in der hausdruck-telemotor fehlpunkte ja Ja. Zumindest nicht so oft. Sauer und so. Ja, glaub ich. Da müssen wir aber gleich hoch. Wir müssen, glaub ich, rechts oder links. Aber irgendwie gleich. Mhm. Und dann, äh, wir sind fast da. Ich hab ein Sprecher. Ja. Ja. Man wird nicht so flieh. Oh, yeah! Eieieieieieieieieiei.... Ja, das wird noch kommen. Dein Schatten wackelt Tanken Womit fahren hier auf der anderen Seite? Die nützt es auch nicht Hilfe M-M-F M-M-F? Meinst du M-F? M-F-F, ja? M-F-F, ja M-M-M-F Da kommt jetzt Die Abbiegen Ja, und da geht's nur bei den Todeskreisen dahinter, irgendwann oben, und dann Ich hoffe, der Pferd jetzt nicht links legt oder so Ah, guck ich ab Bergen 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 Geradeaus Da, da kommt ein kleiner Kreisel, oben kommt ein riesiger Kreisel Hat hier sich aufgekreiselt Der Und Der Der Er muss doch rechnen, der mitten im Bergfeld-Kreis-Fastierer-Kommer-Unloch-Zweck ist. Ja. Und bei hier kommt der erste? Nee, doch nicht. Ja. Gubste bitte wehen, was er so? Ja. So, jetzt muss man rechnen. Ja. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Wollen sie Und freueu dich schon, dass du in der Rot gefahren bist Nööö, fach Alles ja gut Wir sind doch die, die von der Hachi sitzen. Ja Bei Topecos wird ja mal Streicher jetzt sagen Ok Wenn der Ongi da klingt, er ist Alter, wir fallen gleich die Ongen rein Du bist die Schwere hat jetzt da dass du sie nur einmal konzentrieren wenn wir oben in kreisel fahren müssen manche in der pausen wenn man hier bestimmt noch mal pause er bremst doch schon wieder da vorne da kommt da die kreise des tonus Welchen wollen wir fahren? Was? In die Richtung, weil bei mir zeigt er auch nicht rot an Die Richtung ein großes ding oder 100 meter hoch muss noch im kreis oder war nicht lang wie wir ja 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 echt ne foto ich sehe das nicht face black ach der ist der drunter unter der bücke da sorry hehehe go swimming ach du scheiße ich hab nur den einzelnen lkw fliegen ich hab nur den einzelnen lkw fliegen ach du fällst und bumms ist er rennen im Wasser na gut nicht richtig im Wasser o beia mal seh wie david vor mir färbt Die ganze Zeit halt gar nicht vor mir, ja? Du, jetzt muss der bloß noch fliegen, dann weiß ich wie der Schuss, ne? Jagen Juhu Ne? Urrrr Oh ne Mauut Juuu Oh, das bleibt jetzt so Wenn du stehen zum Lamm find ich auch ne super Idee Ich kann, also jetzt kenne ich den nur Warum kann ich den nur dafür, dass der vor mir stehen fäll' Ja. 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 Da ist er! Da ist er! Ja? Der ist der, der von Brue gerontet Man wird immer weniger, ne, so Endeffektiv war B-Buch man ja eh noch Ja Ja Pinguine sind halt stärker als ein König Oh Sorry Ich stand auf der Bremse, konnte nichts tun Und er kann auch nichts mehr tun Und er kann auch nichts mehr tun Bei Twitch Hä? Wenn er den Stream gerade bei Twitch anmacht Anscheinend Ich will jetzt nicht so viel zu klauen Ich will jetzt nicht so viel zu klauen Äh Äh Was denn? Y Gibt'ste? Was? Da guck mal rin Was nochmal? Y Ja Ja, drück mal auf Y und guck mal, was er seh' Ja Ja, der den Stream gestartet hat Was? Mehr seh' ich nicht Ich seh' nur die Frage nochmal Mehr seh' ich nicht Und dass er den Stream angemacht hat Ja Bernd Machst du morgen von Wollen nochmal mit? Hat er dich gefragt oder was? Ja Wann? Ja, schräg' ich meine Ich habe ihn nicht gesehen, aber er war zu weit entfernt Ja Was sagst du zu der Zeit? Können wir machen Ah, da wollte ich ausgeben, anfangen Möchte ich eigentlich Was macht er hier? Soll ich dich überholen? Soll ich dich nicht überholen? Ey, das ist Keine zwei Sprüge Straße hier, ne? Was denn? Ey, es gibt ja gleich wieder um Die dann noch? Ja Was denn? Die denn? Sind wir da? Ist das die Berge? Ja Echt? Sind wir denn da? Wir haben überlebt Das ist doch schön Ja Wir haben überlebt eine weil wir versuchen kann ich mir nachher nur privat schreiben dass ich eigentlich auch streamen möchte oder wieder streamen möchten und dann ist die frage ob sagt er ja da sagt er aber ja verstehe ich ja den ts 3 so leise dass ich die nicht höre teuer können wir ja nicht wieder hier unterhalten aber ablässert ja eben so sehr so kalt in hier aber bis 20.30 Uhr habe ich gelernt und so das müsste auch gehen eigentlich aber nachmittag gar nicht gehen was hast du nachmittag gar nicht gehen ja das weiß ich noch nicht also ich denke schon aber ich kann noch nicht sagen wie lange ich brauche Alter ich gewiss ja nicht wo ich hier hinfahre sicher auch nicht Alper fahren ja gut ich stehe mich hier noch hin ich würde jetzt Afflecksfoto was ich noch machen wollen ich glaube vernünftigen nicht ja 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 So, jetzt kann ich wieder fahren. Ich will jetzt aber kurz weg, statt hier. Aber wenn wir noch fahren, nenne ich einfach rüber, weil ich hab, äh... Ich komme nicht mehr vorwärts, glaube ich. Nur kurz hier. 2 Sekunden. Einmal reparieren. Piep, 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 piep. Na, wo bist du? Eben hier. Eben hier. Du fährst ja noch gar nicht. Piep, piep. Na toll, wofür bin ich jetzt gefahren? Ja, weil du reparieren wolltest. Ja, ich wollte nur reparieren, weil wir nicht fahren wollen. Hätten wir nicht mehr fahren wollen, hätten wir nicht mehr reparieren tun wollen. Dies ist ein Gasplatz. Wie ich anders. Ja. Ja. Ähm. Ja. Ich sag nochmal pn. Äh... Slash pn. Slash... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Klein. Aber dürfte egal sein. Klein. Dann die Nummer. Also Lettersnummer. Wie war das Nummer? Welche müssen wir anschreiben? 1294. Und dann? Und dann Lettersnummer. ... ... Was steht da drin da nun? Was? Das funktioniert nicht. PM! p m p m message m m wie marmeladenbrot also p m also der ist immer online da geht es natürlich nicht mehr das kann ich dir aber nicht klar, dann wäre es eben nett so